In dieser Folge werde ich dir jetzt meine besten Tipps verraten für den perfekten LinkedIn-Profil-Slogan, denn tatsächlich glaube ich, dass der Profil-Slogan das wichtigste Element ist auf deinem Profil, um mehr Anfragen, Leads und Kunden über LinkedIn zu gewinnen. Hintergrund ist, dass ich in der letzten Woche in unserer Community einen kostenfreien Workshop zu dem Thema gehalten habe und zahlreichen Mitgliedern Feedback zu ihrem Profil-Slogan gegeben habe und dort gemerkt habe, dass es nicht verwunderlich ist, dass die eine oder der andere noch keine Anfragen über ihr Profil erhalten haben, weil ich selbst große Schwierigkeiten hatte zu verstehen, was sie eigentlich ganz genau tun. Und ich habe einen coolen Workshop gegeben, den wir jetzt gemeinsam machen werden und ich dir zeigen werde am Ende, wie du wirklich in 10 Minuten den perfekten Profil-Slogan für dich auch entwickeln kannst und dich dann in den nächsten Wochen wundern wirst, was alles passiert, wenn du mehr und mehr Profilbesucher bekommst und plötzlich Anfragen erhältst, weil die Leute am Ende verstehen, was du ganz genau tust. Und ich würde sagen, dass wir direkt reinspringen und ich dir ein paar Beispiele zeige, die wir live entwickelt haben und ich dir ganz am Ende dann zeige, wie du diesen Profil-Slogan auch selber optimieren kannst. Wenn du mal selbst Feedback zu deinem Profil-Slogan erhalten willst, dann hüpf einfach in unsere LinkedIn-Marketing-Community komplett kostenfrei. Den Link dazu findest du hier unter diesem Video. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in den Workshop rein. Und zwar eine Teilnehmerin hatte den Profil-Slogan, werde online sichtbar, Netzgestaltung. Und tatsächlich war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, auf welcher Plattform soll ich sichtbar werden? Soll ich jetzt TikTok-Werbeanzeigen schalten oder LinkedIn oder Google? Und da war sie natürlich auch so, okay, damit habe ich gar nichts zu tun. Und dann gleichzeitig Netzgestaltung war etwas, womit ich gar nichts anfangen konnte, beziehungsweise wirklich nicht wusste, was es bedeutet. Am Ende kommt raus, dass sie Webdesign-Webseiten gestaltet für Leute. Und da war ich so, hey, vielleicht sollten wir es auch Webseiten einfach nennen. Und am Ende ist folgender simpler Profil-Slogan rausgekommen, der aus meiner Sicht sehr gut erklärt, was sie tut. Und zwar in sechs Wochen zur hochwertigen und authentischen Webseite als Berater und Coach Webdesign das konvertiert. Und das war cool zu sehen, dass dieser paar Handgriffe sozusagen all den Unterschied machen. Weil ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass man direkt versteht, worum es geht. Man weiß ganz genau, was das Ergebnis ist. Eine hochwertige, authentische Website. Man weiß ganz genau, wer die Zielgruppe ist, Berater und Coach ist. Und es geht darum, wirklich nicht nur Webdesign zu machen und das schön ist, sondern das auch konvertiert. Und das hat sie immer wieder betont. Und das war halt cool zu sehen, dass man das natürlich auch herausstellen kann. Nächstes Beispiel. Experten für rentable Marktforschung und persönlichkeits- und zielgruppengerechte Führung. Oder Marken und Management stärken durch betriebliche Marktforschung und systemisches Management-Coaching. Und das ist das perfekte Beispiel eigentlich dafür, zu viel ein Stück weit über die Methodik zu reden. Also das bedeutet, was tust du inhaltlich? Rentable Marktforschung, Persönlichkeits- und zielgruppengerechte Führung. Wäre ich zum Beispiel etwas, wüsste ich nicht genau, was dahinter steckt. Und vor allem würde ich mir auch als Interessent die große Frage stellen, was ist das Ergebnis der Zusammenarbeit? In dieser rentablen Marktforschung steckt es schon ein Stück weit drin. Aber auch hier, was wir hier entwickelt haben, aus meiner Sicht unglaublich cooler Profil-Slogan, wo man direkt weiß, worum es geht. Und zwar mache aus Insights mehr Umsatz mit uns als externe Marktforschungsabteilung. Da haben wir danach noch ein paar Sachen dahinter gepackt, Kleinigkeiten, um zu erklären, in welchem Format sie das Ganze macht. Aber mache aus Insights mehr Umsatz, versteht glaube ich jeder. Und wodurch jetzt die Methode durch sie als externe Marktforschungsabteilung. Und das war halt auch cool zu sehen, weil am Ende das Ergebnis, und das wirst du nachher in dem Arbeitsblatt auch sehen, dass das Ergebnis ultimativ das ist, was die Interessenten immer am meisten interessiert. Was habe ich von der Zusammenarbeit? Und das wird hier ganz klar, wir machen nicht nur Marktforschung, sondern wir sorgen dafür, dass diese Marktforschung auch in Werbekampagnen läuft und das am Ende zu mehr Umsatz führt. Nächstes Beispiel, mehr um, weniger uff. Entspannter Businessalltag mit Herz und Verstand, glaube ich, soll es heißen. Produktiver Alltag und ausreichend Zeit für dich selbst. 1 zu 1 Mentoring, Seminare und Retreats. Da war ich tatsächlich so einfach ein bisschen erschlagen von, weil es relativ viel ist. Man muss sagen, den hinteren Part, so 1 zu 1 Mentoring, Seminare und Retreats, also dieses Angebotsformat, ist tatsächlich das, was die Leute am wenigsten interessiert. Da reicht auch so eine Sache, was man irgendwie tut. Dann produktiver Alltag und ausreichend Zeit für dich selbst. Es war ein guter Part, wo man grob verstanden hat, worum es geht. Aber für mich auch noch nicht so spitz genug, weil das hört sich so an. Also hört sich einfach so an, als ob das wirklich jeder haben will und auch nicht so ein großer Anreiz. Und mit dem mehr um und weniger uff, war ein bisschen zu, da müsste ich schon zu viel nachdenken und wäre wahrscheinlich ausgestiegen. Was haben wir daraus gemacht? Produktiv im Job und gleichzeitig mehr selbst für dich selbst als Unternehmerin und Führungskraft, Selfcare-Coaching. Meiner Meinung nach trifft es das perfekt. Man versteht, es geht um Leute, die produktiv im Job sein wollen, aber gleichzeitig auch noch Zeit für sich haben wollen und irgendwie ihr Privatleben gewuppt bekommen wollen. Und die Zielgruppe sind Unternehmerinnen und Führungskräfte. Und das war so cool, war wirklich auch da ein bisschen reduziert, ein bisschen sozusagen auf das Wesentliche runtergebrochen. Man muss nicht lange darüber nachdenken, sondern versteht es direkt perfekt. Nächstes Beispiel, als Nummer 1 deiner Nische sichtbar, High-Conversion-Webseite plus Social-Kanäle, gut geölte Zahnräder, die deine ideale Zielgruppe zu deinem Angebot führen. Deine Marken-DNA-Story ist der Schlüssel. Und das tatsächlich, alle Botschaften in sich sind relativ cool, muss man sagen. Also Nummer 1 in der Nische zu werden, ist cool. High-Conversion-Webseite hört sich super cool an. Die gut geölten Zahnräder hören sich gut an, aber man ist so, boah, was nehme ich jetzt irgendwie mit? Und das war cool, was wir daraus gemacht haben. Am Ende zur Nummer 1 im Markt als Start-up und SaaS werden, durch einen starken Markenauftritt mit Bums, Markenmutmacherin. Und in dem Fall muss man es wissen, dass einfach perfekt sozusagen die Sprache auch passt zu dem, was sie tut. Dann zum einen, wir haben Nische durch Markt ersetzt, weil Nische irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, klingt ein bisschen unsexy für mich, Markt sozusagen den Markt zu übernehmen. Ich glaube, das will jedes Start-up, das will jedes SaaS-Unternehmen. Wir haben die Zielgruppe mit reingepackt. Auch wenn sie mehrere Zielgruppen hatte, hat sie gesagt, am coolsten ist immer mit Start-ups und SaaS zusammenzuarbeiten. Dann sozusagen, was tut sie ganz genau? Starker Markenauftritt hat es eigentlich perfekt geschrieben. Und dann noch ein bisschen Ecken reingebracht mit Bums. Perfekt. Und das zeigt auch wieder, dass es dieses monströse, ganz viele Ideen hin zu einem klaren Ergebnis, Hey, wenn du zu Nummer 1 im Markt werden willst als Start-ups oder SaaS-Unternehmen mit deinem Markenauftritt, dann bist du hier genau richtig. Nächstes Beispiel. Ich helfe Unternehmen, Wissen zu bewahren durch Wissenstransfer bei Personalwechsel und Expert-Debriefings. Und meiner Meinung nach schon einer der besten Profil-Slogans, die ich gelesen habe, weil ich habe sie gelesen und war so, okay, ich verstehe grob, was du tust. Supercooler Markt, noch nie von gehört, aber ich weiß ganz genau, worum es geht. Aber gleichzeitig sozusagen müsste man als Interessent ein bisschen zu sehr nachdenken, glaube ich. Und deshalb haben wir ein bisschen gespielt und haben Folgendes getan. Und zwar, Experten und Führungskräfte verlassen ihr Unternehmen mit wertvollem Fachwissen, Fragezeichen, Know-how sichern durch gezielten Wissenstransfer. Weil die Sorge, die natürlich viele Leute haben, ist, wenn Leute zum Beispiel in die Rente gehen oder das Unternehmen verlassen, weil sie das Unternehmen wechseln, dass dadurch wertvolles Fachwissen verloren geht. Und das will man ja sichern. Und dann am Ende Know-how sichern durch diesen gezielten Wissenstransfer. Das bedeutet, das Problem haben wir als erstes nach vorne gestellt, weil das auch die Aufmerksamkeit der Zielgruppe sozusagen bekommt. Dann zu erklären, was wird gemacht? Es wird Know-how gesichert durch am Ende den gezielten Wissenstransfer. Und ich glaube, jeder sozusagen erkennt ganz genau, worum es geht und die am Ende man auch ganz genau weiß, wann man sich melden sollte bei ihr. Dahinter steckt am Ende eine simple Folge, die du auch im Podcast, wenn du zuhörst, mitnehmen kannst. Ultimativ interessiert sich ein Interessent immer am meisten dafür, was ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dir. Und das ist auch der Grund, warum das bestenfalls ganz am Anfang in deinem Profil-Slogan in irgendeiner Form auftauchen sollte. Man kann zum Beispiel noch ein Problem, ein großes Problem voranstellen, aber ultimativ fährt man am besten damit, wenn man das Ergebnis sozusagen vorne präsentiert. Dann fragt er sich natürlich, wodurch, wenn wir zum Beispiel, was weiß ich, ich helfe dabei, IT-Fachkräfte zu finden, dann ist es das Ergebnis. Und dann fragt man sich natürlich, wie kriegst du die Leute jetzt? Also wo kriege ich die IT-Bewerbung hin? Machst du Recruiting? Machst du Performance-Recruiting? Also was ist deine Methode? Aber das ist meistens auch zweitrangig. Das kann auch sein, was weiß ich, dass du irgendwo hinfährst und hast eine Quelle von IT-Fachkräften gefunden, fährst vor die Hochschule, lädst die Leute in deinen Wagen ein und fährst die Leute, was weiß ich, zu dem Unternehmen, die dringend IT-Kräfte brauchen. Das wäre dem Interessenten auch oder dem Kunden auch in Ordnung. Die Methode interessiert ihn meistens am wenigsten. Er interessiert sich für das Ergebnis. Ich brauche diese IT-Kräfte und ob du die mir mit dem Bus von der Hochschule abholst oder Performance-Recruiting machst oder ein klassisches Recruiting ist mir relativ egal. Dann, was aber noch relativ wichtig ist, die Zielgruppe. Weil am Ende, wenn man auch diese Ergebnisse verspricht, was weiß ich, sorgt dafür, Personal zu finden. Es gibt halt Unterschiede zwischen dem Handwerksunternehmen und dem Logistikkonzern. Und man hat häufig natürlich eine relativ heterogene Zielgruppe oder Bestandskunden. Aber auch da kann man über die Zeit natürlich ein bisschen reingucken, mit welchen Kunden hat es am besten funktioniert, wovon würde ich gerne mehr haben, wer ist meine Lieblingskundin, wer ist mein Lieblingskunde. Und sich ein bisschen trauen, eine Branche reinzupacken oder eine Unternehmensgröße reinzupacken, tut man sich einen großen Gefallen. Und dann packt man am Ende das Format der Zusammenarbeit. Wie kommst du jetzt dahin? Relativ simpel. Ich habe es dir leicht gemacht. Und zwar unter diesem Video findest du hier ein Arbeitsblatt, was du dir einfach kopieren kannst. Das bedeutet, du musst es aufmachen, oben links Datei kopieren. Und dann kannst du da reinarbeiten und diese vier Spalten einfach ausfüllen. Für alle Leute, die den Podcast anhören, dafür lohnt es sich mal rüber zu YouTube zu hüpfen und sich dieses Arbeitsblatt zu schnappen, weil am Ende in der ersten Spalte füllst du ganz genau aus, wer ist eigentlich deine Zielgruppe, mit wem hast du in der Zusammenarbeit Vergangenheit gearbeitet, mit wem hat es gut geklappt. Dann, was sind die größten Probleme, weil das schon immer so eine ganz gute Indikation ist, welche Probleme du eigentlich löst und man das auch in dem Profil-Slogan gegebenenfalls damit spielen kann. Dann listest du einfach fünf bis zehn Ergebnisse sozusagen auf, die aus meiner Sicht sozusagen in der Zusammenarbeit mit dir erstehen. Und dann am Ende in der letzten Spalte kannst du sowohl über dein Angebotsformat reden oder auch über die Methode, wie du das Ergebnis lieferst. Das ist am Ende das Ganze. Und das ist die Übung, die du machen kannst, um wirklich in zehn Minuten zu dem perfekten Profil-Slogan sozusagen zu kommen und das Ganze sozusagen auf das nächste Level zu heben, sodass Leute wirklich verstehen, was du tust. Weil es bringt nichts, wenn du hunderte oder tausende von Profilbesuchern auch jeden Monat hast über LinkedIn und das entsteht über die Zeit, umso besser dein Content wird und die Leute draufschauen und aber nicht verstehen, was du tust. Und das löst du mit genau dieser Übung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Bevor du jetzt wegklickst, gibt es noch drei Dinge, die ich unbedingt gerne gewusst hätte zu dem Profil-Slogan. Und zwar das Erste, was du wissen musst, ist, du musst diesen Profil-Slogan testen. Und der beste Test, den du machen kannst, ist, ihn wirklich mal zehn Leuten mindestens zu schicken, Family und Friends. Und bestenfalls wirklich Leute, die vielleicht nicht so grob Ahnung haben, was du tust. Und die müssten bestenfalls verstehen, auf Grundlage dieses Satzes, was du tust. Das ist das Beste, was passieren kann. Und am Ende ist es so ein bisschen wie so ein Mini-Elevator-Pitch, den du auch bestenfalls bei einer Party, wenn dich jemand fragt, was du tust, antwortest. Wenn das der Fall ist mit deinem Profil-Slogan, dann hast du am Ende alles richtig gemacht. Punkt Nummer zwei ist, lass den Profil-Slogan, wenn auch andere Leute bestätigt haben, dass sie verstehen, was du tust, und der auch rund klingt, lass ihn unbedingt 30 Tage mal auf deinem LinkedIn-Profil so stehen. Der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass Leute wirklich dann anfangen, jeden Tag noch mal ein bisschen was hier zu ändern, da zu ändern und hier zu ändern. Und innerhalb von einer Woche bist du bei so einer verschlimmbesserten Version, dass man am Ende gar nicht mehr versteht, was du ganz genau tust. Und insofern Feedback einholen, die Leute feilen noch ein bisschen dran, verstehen, was du tust oder nicht, und dann 30 Tage stehen lassen. Und Punkt Nummer drei ist, wenn du wirklich von uns auch und von mir auch Feedback zu deinem LinkedIn-Profil-Slogan haben willst, hüpf rüber in die LinkedIn-Marketing-Community. Ich kann dich nur ganz herzlich dazu einladen. Den Link dazu findest du hier unter diesem Video oder unter dieser Podcast-Folge. Ist komplett kostenfrei. Und wir machen wirklich regelmäßig Workshops zu diesen Themen. Und wenn du keinen Tipp oder Trick zu LinkedIn-Marketing mehr verpassen willst, sei es zum Algorithmus, sei es zum Content oder auch wirklich, wie du Leute in zahlende Kunden verwandelst, dann hüpf rüber in die Community. Würde mich wahnsinnig freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Und dann hoffe ich, dich in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann.